Heiho! Weiter geht's mit Yoshi's Island und wir stellen uns jetzt dem Boss der zweiten Welt. Der aussieht wie ein Flaschengeist. Nebulos Schloss. Erinnert mich an Nebulak. So, haben wir irgendwas versteckt? Nein. 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 Und dann? Hinein in die Festung. Noch sieht alles friedlich aus. Und so, Lava. Wer hatte das nur erwartet? Das sind rote Münzen, ernsthaft. Oh Gott. Und natürlich geht das Holz unter. Wie auch immer das Holz überhaupt in der Lava schwimmen kann. So. Puh. Da sind noch mehr. Ha ha. Okay. Schummelen wir mal ein bisschen. Wozu haben wir denn die Eier? Ha ha. Spring in das Feuer. Hilfe. Also. Schräg spring in das Feuer. Komm. Bestimmt noch mehr. Ich fress es einfach auf. Fress alles auf. Ähm. Und ich werde noch sterben, dass ich mir noch umgehüpfe. Ha ha ha. Komm. Warum passiert nichts? Feinde? Feuer? Irgendwas? Gar nichts? Hm. Ist das schwer, auf diesem Brett zu stehen? Oh nein. Diese Blume hätte ich fast verpasst. Oh mein Gott. Ich muss springen. Wow. Also das war gerade echt ein Witz. Okay. Die fallen runter, so wie es aussieht. Wow. Wow. Das ist gelb. Ist es schneller? Wow. Wirklich. Ist es schneller? Sternkreis. Yay. Hm. Sechs Münzen, eine Blume. Nicht gerade viel. Hoffentlich haben wir den nicht mehr wieder verpasst. Oh. Hm. Ihr seht aber gar nicht schön aus, Leute. Hm. Hier gibt es bestimmt ganz viele versteckte Sachen und eine Milliarde Wege und da war schon mal was. Aha. Hier sind große Münzen. Äh. Da. Nein. Weiter nach unten. Da. Genau. Und eine Honne bei einer Wolke. Das sieht doch nach Geheimnis aber aus. Oh. Chuchu, Yoshi. Bestimmt Chuchu, Yoshi. Yay. Chuchu. Oh nein, zwei Wege. Was soll ich tun? Natürlich der Falsche. Geht weg, Shy Guys. Yeah. Eine Blume. Juhu. Sehr schön. Und sogar noch zwei Eier. Hihi. Okay. Dann fahren wir mal nach unten. Einfach um zu gucken. Da nicht doch noch irgendwo was ist doch. Das sind alles normale Münzen. Normale Münzen. Hm. Was ist denn hier sonst nichts? Versteckt irgendwas? Nein. Okay. Dann hoffen wir mal, dass das wirklich alles war. Und was ist das? Hätten wir jetzt in der Kanalisation vom Schloss gelandet oder wie? Oh, tausend Wege. Tausend Wege. Ähm. Hallo? Geht ihr da raus? Oh, wie schön, ihr werft Bomben nach mir, so wie es aussieht. Das ist aber nicht nett, Leute. Gar nicht nett. Ich kann euch natürlich auch nicht auffressen, oder? Aber ja, zu schön. Sterne? Yeah. Bomben. Waaah. Die nervt mich, Leute. Oh mein Gott, was ist das denn? Eine Evil-Killer-Blume. Was ist das? Ähm. Ähm. Was? Bist du? Okay. Ähm. Waaah. Oh mein Gott, die Evil-Killer-Blume ist zurück. Gott, sie hat mich sogar erwischt. Das ist unglaublich. Spring, spring, spring. Ich steck fest. Komm schon da raus, Yoshi. Ah, wenn ich stammt, verlassen die Bomben fallen. Hallo, Evil-Killer-Blume. Oh, du bist eine echte Blume. Oh, du bist eine echte Blume. Ähm. Ähm. Uh, sprengt ihr mir das frei? Oh, hier wirklich. So. Dankeschön, ihr da oben. Das ist ja, glaube ich, irgendwo normale. Ja. Oh, eine rote Münze. Und... Sterne. Und... Oh je. Stimmt ein Schlüssel für irgendwas. Waaah. Wie viele Bomben haben die denn? Ah. Ah. Wann merken sie, dass sie mich eh nicht treffen. Wow. So heißt recht nicht. Dang. Ah. Okay. Äh. Komm hier wieder rüber. Waaah. Sind die bösen Blumen wieder da? Ich hab Angst. Waaah. Sie sind wirklich wieder da. Also die können echt nicht zielen mit ihren Bomben, muss ich sagen. Oh, das war überhaupt nicht knapp eben. Gar nicht. Futter? Futter? Okay, ich hab genug. So. Sehr schön. Jetzt haben wir einen Schlüssel. Jetzt brauchen wir nur noch eine Tür dafür. Hier geht's nach unten. Ahaha. Yay. Wieder eine Münze. Okay. Waren doch nicht so viele Weg, wie es anfangs danach aussah. Ähm. Eine Röhre. Eine Textbox. Und Stacheln. Drücke L oder R, um das Fadenkreuz zu stoppen. Da hast du diese Sachen so spät erklärt. Nun kannst du einfach erzielen. Wow. Vielen Dank. Ich will jetzt aber nicht stoppen. Geht's höher? Bleibt's oben? Nein, ich glaube, es klingt fast, wenn wir wieder runtergehen. Na toll. Also muss ich gucken, dass ich irgendwie wieder durchkomme mit meinen fünf Eiern. Fünf Eier. So. Piu. Äh. Vielleicht würde ich doch erdrücken, was mir aber nichts bringt, wenn es dann schon wieder runterkommt. Oh mein Gott. Ich versage hier. Los. Noch einer. Kommt von Shai-Gai. So. Jetzt aber. Piu. Und. Piu. Und. Und. Willkommen zurück in der Kanalisation. Okay, hier brauchen wir den Schlüssel. Gut, dass wir ihn haben. Gut, dass wir ihn machen wollen. Tschüss. 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 Tschüss.